Nach vier Wochen Sommerpause geht es endlich in Belgien weiter und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Belgien Grand Prix. Die Streckendetails Am 1. September beginnt die 52. Ausgabe des Belgien Grand Prix in Spa-Francorchamps. Hier könnt ihr sehen, wann die Formel 1 in Spa zu Gast war. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 19 Kurven, 10 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 265 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man viermal im achten Gang. Insgesamt 45 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 1980 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 387 Meter und dort wird höchstens 80 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 67 Prozent, der Vollgasanteil liegt bei 72 Prozent. In den bisher 51 Ausgaben des Belgien Grand Prix gewann 18 Mal der Polesetter, was einer Quote von 35,3 Prozent entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als niedrig. Gefahren wird 44 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrennendistanz von 308,052 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 7004 Meter, die längste im gesamten Kalender. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Start-Ziergeraden und zwischen den Kurven 4 und 5. Die Siegerstrategie von 2018 war eine super soft-soft-Strategie von Sebastian Vettel. Schnellster Pilot im Feld war Lewis Hamilton mit 322,3 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas mit einer 1,46,286, gefahren in Runde 32. Sebastian Vettel führte den gesamten Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Brenton Hartley, seine Zeit war eine 18,084 in Runde 1, seine Standzeit war eine 2,71. Die schnellste Standzeit schaffte die Crew von Sebastian Vettel mit einer 2,29 in Runde 22. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 221,157 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,41,095 gefahren von Alain Prost aus dem Jahre 1993 mit seinem Williams FW15C. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2017 mit einer 1,42,553 in seinem Mercedes W08. Und zwar werden die Mischungen C1 der harte Reifen, C2 der Medium und C3 der soft Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Supersoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup. Das Setup sollte aufgrund von langen Geraden klar Richtung Topspeed abgestimmt werden. Der erste Sektor besteht aus 22 Sekunden Vollgas und der letzte aus 19 Sekunden. 2,2 kg Sprit werden pro Runde durch die Brennkammern gejagt und in Spa kann nur wenig kinetische Energie gespeichert werden. Nur 13% der Runde verbringt der Pilot auf der Bremse. Schwierige Kurven. Kurve 3. Hier sollte man den inneren Körb lieber nicht berühren, ansonsten fliegt man ab. Kurve 7. Nicht zu weit nach außen kommen, sonst landet der Fahrer im Kiesbett, aber auch nicht zu weit nach innen fahren, sonst zählt das als abkürzen. Kurve 10. Hier schalten die Fahrer vom 8. in den 7. Gang zurück, um mit Vollgas durch Pohan durchzufahren. Kurve 15. Wenn die Fahrer hier zu weit nach links kommen, besteht die Gefahr, dass sie das Auto verlieren und im Reifenstapel landen. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse 1991 kam es zum Debüt von Michael Schumacher im Jordan. Der Bertrand Gachot ersetzte, da dieser wegen einer Reizgasattacke an einen Taxifahrer ins Gefängnis musste. Doch Schumachers Rennen war noch ein paar Metern schon wieder wegen eines Kupplungsschadens vorbei. Ein Jahr später siegte er dort zum ersten Mal. 1995 startete Schumacher von P16 und schaffte von dort aus einen Sieg. Nebenbei kam es zu einem Feuer am Boliden von Eddie Irvine in der Jordan-Box. 1998 kam es im Regen nach Kurve 1 zu einer Massenkarambulage mit 13 Autos. In dem Jahr kam es auch zum Crash zwischen Schumacher und dem überrundeten Kulthard, wobei sich der Carpenter mit drei Rädern in die Box schleppte, wütend Richtung McLaren Box stürmte und den Schotten mit den Worten, du Scheißkerl, wolltest mich umbringen, anbrüllte. Der Ferrari-Pilot ging zu den Steuarts, doch die sahen keinen Grund zu handeln. Jahre später gab Kulthard seinen Fehler zu, auf der Ideallinie geblieben zu sein. Jordan holte den allerersten Sieg, allerdings musste Ralf Schumacher Damon Hill durch Stallorder siegen lassen. Im Jahr 2000 kam es zu einem spektakulären Überholmanöver. Mika Häkkinen im McLaren Mercedes jagte Michael Schumacher im Ferrari auf der Chemistrade. Beide überrundeten Bar-Piloten Riccardo Zonta. Der Finne rechts herum und Schumacher links herum. Aufgrund des späteren Bremspunktes überholte Häkkinen dann auch Schumacher. 2009 kam es zu einer Seltenheit. Giancarlo Fisichella stellte völlig überraschend den VJM02 auf die Pole Position, die bisher einzige in der Teamgeschichte. Zu einem Sieg reichte es dann aber nicht. Den holte sich Kimi Reykönnen im Ferrari, aber immerhin fuhr der Italiener einen zweiten Platz ein. Ebenfalls das beste Ergebnis der Teamgeschichte. 2012 wie auch 2018 gab es in Kurve 1 Auffahrunfälle. 2012 schoss Romain Crochon über den Ferrari von Fernando Alonso und letztes Jahr kam es zu einem Auffahrunfall von Nico Hülpenberg, der in Fernando Alonso fuhr und der wiederum über das Halo von Leclerc flog. Die bisherigen Sieger des Belgien Grand Prix. Aufgrund der zu langen Liste befindet sich der Link für die Liste der jeweiligen Sieger in Belgien ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.